Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Ostseeküste! Sveni an der Ostsee, ja, 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 ein Drama der Brack Linski. Ich hab schon zwei Wagen weggebracht, 53.000, 14.000 pro Wagen. Das ist nüchte. Das ist nüchte, aber ich weiß gar nicht, ob wir schon ein Hofsilo setzen können. Ob die Talers reichen, dann setzen wir nämlich ein Hofsilo. Vor allem kommst du nicht hinterher. Nein, 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 das ist, ja, ist ja schön und gut mit den Überladewagen. Ja, hast du jetzt auf der anderen Seite angefangen? Ja, aber, ja, Drama der Grandemal, kann man sagen, ne? So ist das im Leben, ey, ey. Ich mach jetzt den Überladewagen voll, dann machen wir ihn, hängen wir, glaube ich, hinter den, oh, ich wollte eigentlich mit dem Klaas fliegen, ne? Das ist ja mal wie hinter das Studium hin. Ich hab jetzt ja total vergessen. Sollen wir mal, was kostet eigentlich so ein Hofsilo? Hauen wir mal an. Lass uns mal eben gucken. Ich weiß aber auch gar nicht, wo wir das hinsetzen, ey. Das kommt noch dazu. Ich will das... Ey, ich bin den falschen Namen, ey. So wie immer. Bauen. Silo. Was haben wir denn hier so drinnen? Oh, das kostet nur 11.000. Was kostet du? 120.000. 4-15, aber wäre zweimal da, oder? Nee. Nee, das bringt mir nix. Ich kann das aber auch hinten. Was kostet? Multifold. Haltzball. Silo Haltzball. Silo Haltzball. Wo ist denn mein Hof? Ich hätte vielleicht auch vorher hinlaufen sollen, ne? Hier sind meine Gehüfte. Guck mal, guck mal. Hier. Hier, guck mal. Ich hab die Bäume aus der Halle weggemerkt, ne? Hast du gesehen? Shikara, jetzt haben wir aber auch... Oh, nee. Doch. Wir haben mächtig ein Problem. Wohin jetzt? Wird's gemüse? Wenn würde er nur hier gehen. Wenn wir uns hier hin. Fragen über Fragen, ne? Kann man das hier hinten noch hinsetzen? Oh, oh, oh. Hier wär ja gar nicht so uncool, ne? Aber das ist die Halle, ne? Oder wie sitzen das? Hier so ein Skikram. Da sind die Silos. Da ist Müll. Dann passt das nicht hin. Da unten hab ich zugebaut, ne? Einzige sinnige Lösung ist hier. Hoffentlich, wenn ich mich meinen ganzen Hof damit kaputt mach. Oh, dann gucken die Büschel da wieder rein, ne? Wird wieder geschimpft. Oder wie machen sie eben hier hin? Aber dann gucken wir nicht mal auf die Fläche. Das ist ja jetzt Skikram. 30.000 Glocken, ne? Für nichts und wieder nichts. Da unten hab ich auch alles zugebaut, ne? Könnten es rein theoretisch noch hier? Nein. Ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. Das ist Skikram. Da hab ich den Container eingesetzt. Hier brauch ich gar nicht probieren. Ich seh nix. Das ist jetzt hier vor. Das ist jetzt ganz einfach. Oh, das war ja gar nicht gut. Landschaftsbär. Jetzt wird sehen, wie wir mal die Tiefen von so. Das ist ein Schikram. Es nützt aber nix, ey. Wir brauchen das halt. Machen wir M. Weißt du, ich kann noch nicht das ganze Gemüse einfach hier nur für nichts und wieder nix verschenken. Oh, ich hab hier halt Schnitzel oder gar nicht. Da hab ich auch nicht so Lust drauf. Nee, hätte ich doch mal vorher dran gedacht. Nee, das ist eh zu spät, aber. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Bei 23.000 Glocken. Der arme Uwe, der muss das auch noch mal haben. Sind wir... Heider nein. Das ist dann... Wenn man vorher zu viele Bäume hinmacht, ne? So, muss jetzt erst leider gehen. Geht nicht anders. Uh, mein Jumbo. Komm mal an, treib sie raus. Schickram. Ich hab den LKW genau anders anstehen, ne? Da kannst du auch so schäbig jetzt dringen. Dann müssen eh nur ein, zwei Wagen jetzt verkaufen und dann nutzt nix, ne? Mitten in der Wäuze, ne, die, du. Was ein Stress. Aber der Weizenpreis sehe ich so in den Keller. Der Lupen. Der Schlöpper, den ich kaufen wollte, der ist erst mal in den Beutelfernen. Wolle ich gar nicht drüber Norddeutschen. Oh, ich tank nur ab. Das ist gut. Machen wir eben voll die Bute. Läuft der Laden, ne? Ich muss pressen, ich muss dies, ich muss das, ich muss das. Machen wir vor, mein Gott fällt es mir. Wie können wir nirgends von Dräherchen machen, ne? Ja, da kannst du nicht reinschieben. Du musst eben da auf das Straße ein Dräherchen machen. Machen wir vor Augenblinkungen ein. Sollen die einen ja wohl nicht ganz so krumm nehmen, wenn wir eben fix hier ein Dräherchen machen, oder? Jetzt will ich den Akkorde. So. Ich kann nicht mehr Spiegel fahren, hab ich schon mal gesagt, ne? Das heißt auch noch mal. Wofür rum? Nee, nee, jetzt ist da ein Auto, oder wat? Die wollen wir doch verkackern, ja. Entschuldigung. Dann fahr jetzt vorbei, du Bienenpflück, ey. Das ist doch nicht normal. Muss ja auch mal wat klappen hier. Willst du jetzt fahren? Ey, ihr Sack und Asche. Bienenpflücker. So, hier langsam vorne sind Hoppelhäschen, ne? Man muss auch mal für die Hoppelhäschen bremsen. So, geh mal Schubrakete. Wunderschön eilig, um die neue Silo ausprobieren. Ist das Hofsilo von Oma Tana, ne? Vielen Dank, Oma Tana. Du hast mir den Hintern gerettet. Sonst hätte ich jetzt alles hier verklappern müssen, ey. Seid ihr, da bist du unterwegs, dann direkt in den Überladewagen gehüpft, direkt den Wagen wieder voll. Schwuppdiwupp. Ey, das sind Pommi, das. Das zickt die. Vor allem hier so Dreherchen ist nicht immer so günstig. Hast du ja gerade gesehen, ey. Das war ja nicht schön. Und ich muss da Stroh pressen, ne? So, wir wollen mal gucken, ob das einigermaßen funktioniert mit unserem Hofsilo. Weil sonst weiß ich auch nicht. Bei dem Hafer können wir da auch noch alle reinschippen, ne? Oh, oh, Kabine ist kaputt. Aber ist nicht so schlimm, ne? Sieht an, weil ich auch keine hat an, ne? Oh, passt schon. So, das erste Zeug geht in Zusehen. Läuft, hä? Hä? Eigentlich wollte ich pressen. Ne, ich muss auch fliegen. Fliegen wäre wichtiger. Das mache ich, glaube ich, mal eine Runde gleich. Längsam hier rum. Oh, wie kommt er rum? Haben wir wieder sehr gut bemessen hier den Platz, ne? Nicht. Es hat so zu deiner Zufriedenheit, mein lieber Zuschauer, dass keine Büsche mehr in den Hallen hängen. Ich hoffe, ja. Hier unsere neue Mähtechnik, ne? Ja, da müssen wir nächstes Mal die neue Presse ausprobieren, ne? Vom Fernweh weg. Wir haben ja gerade nicht so tief hier. Der sagt ja, ey, wenn ich hier mit 80 lang heizt, ne? Dann musst du ja auch echt schön aufpassen, du. Ich habe mich schon ein paar Mal hier richtig fest geheizt. Und wir fahren mal gucken, ob wir da hinten eben nicht auf die Fläche kommen. Das wäre ja natürlich schickig fein, ich fahre mal mit dem Überladung fahren, um so ein paar Meter weiter. Da ist ein Feldeinfahrt, da hinten war da, glaube ich, auch einer. Hinten des Hoja-Bönkes. Oh, den schaffen wir noch. Guck mal, die sind ganz schön fix, weh. Soll ich die mitnehmen? Dann brauchst du nicht laufen. Nehmen wir da viel Bisse. Hier war doch hinten eine Einfahrt dahin, zur Wiese, äh, zum Feld oder so. Hier musst du das sein. Oh, du darfst nicht locken fahren, da ist gesperrt, du. Bei bestimmtem Unfall oder so. Alles taktisch klüger so zu fahren, glaube ich. Und wenn wir unseren Volvo auch hier auf den Räcker, dann ist es auch nicht so günstig. Hoffentlich kriegen wir den hier von der Fläche. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich stelle dir mal eine Hiesung hin, du. Da können wir, glaube ich, mit Überlautwagen dringeschoben, du. Wieso? Das mache ich heute nicht mehr, das mache ich. Oh, der braucht noch ein bisschen, ne? So, Abflug. Oh, oh, oh. Haben wir GPS-Einstöße? Ich habe das gar nicht an, ne? Ich muss aber auch langsam runterfahren, du. Ähm, wir brauchen automatische Bride. Okay. A-Punkt setzen. Machen wir runter, das Gemüse. B-Punkt setzen. Zurück. Ähm, wie heißt die Fläche? 54. Okay. Geh nochmal hier hin. Trackname. 54 Flügel, ne? 54. Flügel. Speichern. Speichern. Ist klar. GPS. Schubprokete. Da musst du fliegen, bevor wir die Wiese drauf sehen, ne? Ist so. Was machen den? Oder war viel zu früh. Da kann ich fliegen, glaube ich. Nicht einmal rundum. So muss das, ne? Langsam, aber stetig müssen wir hier auch in Arbeit kommen. Röschkasten muss laufen. Ich glaube, wir machen gleich den Fortuner oben hinter und lassen den LKW erstmal im Hof stehen. Das wird sonst zu kriminell. Hier brauchen wir gerade mal kein GPS. Und jetzt mal einen halben Baum mitnehmen. Das muss ich nur verpassen. Guck mal hier so langsam rum. Komm, Quarziller. Schaffst du nicht, oder was? Ich bin enttäuscht. Aber liebe Leute. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken, bis ihr hier ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ich bin ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, ich habe zu rücken, mal. Dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sag mal, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, oder? Tschüss!